Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Wemmen Von der Arschess So, wir haben jetzt Rüstung verstärkt Wir wussten natürlich von vornherein, was wir tun Wir wollten nur mal gucken, ob euch das auffällt Ja Ihr seid schläglich gescheitert Genau, gibt Note 6 Ja, also Oh, die Schreierin Mietenkristall Ach, da ist es ja schon, ne? Genau Könnte ganz gut aussehen, also die Wenn die klein und angegriffen haben Haben die auch ziemlich Schaden gemacht, aber Eben mit der Millimeter, der ich den Der mir jetzt fehlt, der ist zu verknuden Hm Wenn wir hier reingehen, startet es gleich, ne? Äh Ne, da hinten ist doch Ne, ne, wir sind dann erst in dieser komischen Höhle Ich glaube nicht gleich Weißt du, dann gar nichts mehr, oder was? Ja, also haben wir noch einen Checkpoint danach noch Ja Warum konnte man da jetzt nicht hinreisen? Weil die nicht Hm Ah, das war nur ein kleiner, glaube ich, ne? War nur ein kleiner, ja Ja, okay Ach, den können wir nicht reißen Hm Wird die schon wieder Demonstranten bestreifen, oder was? Naja Genau Ähm Willst du dich nochmal hinsetzen? Nö Kein Bedarf Okay Aber wart noch mit dem reingehen, ne? Hä? Oh, die machen doch Äh Äh Kennst du noch den Weg? Ja So tief, wir müssen tief Ja, da Ja, okay, das war schon mal der Fallschirm Ne, hier, 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 hier Oder? Kriegst du hier nicht noch weiter? Ah ne, hab ich verledigt Da ist nichts mehr Ja, wir stecken mehr weg jetzt Das ist schon mal gut Oh, der Schnelle Ja, das war's Ja, das war's Ja, das war's Dann Ich sch- Ich sch- Ich sch- Ich sch- Ja ich glaube hier waren wir richtig Lassen wir auch ein bisschen Muni, ich habe nämlich nichts mehr Hinten hier liegt einer Muss ich auf dem Zimmer umdrehen Hier müssen wir lang Oh ich habe hier noch eine Schreierin Wo musst du langen? Laut Karte hier lang Und da oben Da ist es Versuchen wir mal unser Glück Du schnicht mal sich so in deinen Mic Doch So erstmal Checkpoint hier So warte mal Zum Kampf noch passend So So bis zur nächsten Folge Okay Ja Hallo Hat der Hund nicht gebracht Ja genau Das geht ab Das reicht zum Glück noch zum heilen Wollte ich gerade sagen Jetzt bin ich tot Ja so klappt das Jetzt bin ich wieder tot Das ist doch nicht wahr Ja du bist doch da hinten Hier gibt es noch einen Eingang So Ja Wie steht tot Lass mich Lass mich Da kommst du nicht raus Aber das ist noch ein Eingang Ja da müssen wir raus Hm Das ist doch noch ein bisschen heavy Ich nehme mal meine Weiber Hund hat ja nichts gebracht Wir müssen gucken Dass wir irgendwie die Pfeile ausweichen Ja die kommen ja nur von allen Seiten Aber die nerven ja am meisten Jo Ich wollte mich gerade heilen Ich bin down Da muss es doch einen Trick geben Muss man sich irgendwo an einer bestimmten Stelle hinstellen Dass die Pfeile dich nicht treffen Musst du dann vielleicht zum Boss rennen dann Kann das sein? Ich glaube die treffen dich überall Ich teste das gleich mal Die kommen überall raus Boah alter Boah alter Ja klar Oh Gott gerade heilen ey Das schaffen wir noch nicht Ja Fick dich Okay Sack einfach Fick dich Sorry Sollen wir dann Willst du nochmal probieren oder was? Ja Wollt du ganz machen Ja warte mal Ich bin noch am Anfang Ja dann probieren wir uns jetzt die Aufnahmen noch Warte mal warte mal warte mal Was hat denn meine Waffe eigentlich Meine Große Schön Dings Au Ich habe ja zwei Eigenschaftspunkten zu vergeben Warte mal Könnte ein Schild machen mit meiner Wumme Warum nutzen wir das nicht Mit dem Sniper können wir ein Schild machen Also ich habe es bei mir mit dem Sniper reingebaut Ein Heil Zum Heil nur das? Nein Ein Schild Das bleibt zwölfeinhalb Sekunden aktiv Wir können raus schiefen Aber nichts kommt rein Innerhalb von fünf Metern Okay Ja Ich mache es jetzt mit dem Bluten halt Ja So ich mache es gleich Harte Und Start Jaha Der trifft trotzdem Was war ich die gleichsache nicht Also er kommt durch Aber die gleichsache nicht Oder? Ach komm Das bringt aber auch nicht viel Das bringt auch nicht viel So viel Schaden können wir gar nicht bei dem Anrichten In der Zeit Vor allen Dingen Ich weiß gar nicht Ob ich jetzt meine Blut Ob der die Blutung bekommen hat Keine Ahnung Na probieren wir es nochmal Also die Kleingstarren kommen nicht tot Ja ich bin tot Da muss ich doch Da muss es doch einen Trick geben Da muss es einen Trick geben Das kann doch nicht so schwer sein Wenn du zu nah an den Stacheln hingehst Dann kommen die Stacheln raus Das habe ich nämlich gemerkt Wo ich zum Boss gegangen bin Kommt ja nicht rein Ja wenn die Stacheln mich nicht treffen Trifft der mich Das ist ein Trick geben Das war's. es ist gerade noch schiel noch denn da ich habe ja auch gepasst warum sie dauern ja halt ich doch mal zum halte dich nicht ja jetzt bin ich tot das gibt es doch nicht wie willst du denn den ausweisen ich darf ankommen oh Gott wie konnte der mich da erwischen? das gibt es doch gar nicht ich war doch schon weg man ich habe nur noch eine heilung habe ich nicht ich war gerade wieder wo hast du den getroffen, dass du so viel Schaden gemacht hast? das wirst du irgendwo im Kopf 1096 soll ich auch Schatzschütze gehen? ja mach dann kannst du dein Schild auch nehmen wenn ich davon komme oder ich mach diese vollen Schaden mit den Sporenwerfern ja versuch das mache ich auch vielleicht bringt das ja was was hast du denn da drinne als R1 hier da habe ich drinne ähm feuert eine explosive Kugel ab die innerhalb von 3 Metern 50 vollen Schaden verursacht und eine tödliche Gaswolke hinterlässt die Gegner 7 Sekunden lang verlangsamt kannst du ja auch mal abfeuern vielleicht hilft das ja auf geht's 4.096 am Auge irgendwo jetzt kannst du ja rennt doch ein leichter rein man ich bin down naja das gibt's doch gar nicht ist egal was du machst geht mir doch ein geist das ist ein hin und her jetzt bin ich wieder tot tu mich am besten wiederbeleben aber willst du gar nicht ja wenn du zu nahe kommst dann kommen die Stacheln da raus dieses scheiße hohen ding bringt fast gar nichts das musst du auch nicht gelevelt haben der sagt mal an dass er 400 Schaden macht aber ich sehe davon gar nichts warte mal ich will den kaum benutzen warte mal ich will den kaum benutzen auf geht's also ich hab jetzt ein Scharfschützen ne ja mhm doch wir haben was gut getan warum macht man das nicht mit R1 die Armbrust die 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 Sollte ich sagen, tun wir offline ein bisschen leveln und beenden dann die Folge. Ja, ein Ding auf meinem Gesicht. So, gucken wir mal, ob wir dann bei der nächsten Folge das besser machen können. Ja.